Die Folge des Krieges in der Einmütigkeit eines Volkes, in der inneren Geschlossenheit eines Volkes, im idealistischen Glauben eines Volkes, das ist die Kloch, die am Ende Berge des Widerstandes versetzen kann. Mädchen und auf ihre Brüse tragen, den deutschen Staat, das deutsche Reich, die Jugendlichen unverschrieben betreffend, den deutschen Staat, das deutsche Reich, die Methoden der Widerstandes versetzen kann.